Wer hat uns gesehen, wer hat uns gesehen Alter Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge Von Mindset Ja Hinter diesem Baum sehe ich einen Spieler Und ich habe richtig Schiss wer das ist Also ich habe richtig Schiss gerade mal Bist du jetzt eigentlich schon in der Nähe von Goiten? Nee Bin leider gestorben und musste nochmal neu spawnen Weil schon wieder so ein scheiß Bandit meint der Das bist du Verarscht Nee ich bin aber echt gestorben Ja also Flo ist echt gestorben auf dem Weg nochmal offscreen Also normalerweise nehmen wir nix offscreen auf Das war jetzt so damit wir zueinander finden Und Flo ist halt dann mal von einem Bandit getötet worden Also neu gespawnt und gleich neben Goiten also Jetzt haben wir zueinander gefunden Ich muss bloß was schauen Nee okay passt schon Okay dann würde ich sagen holen wir uns mal so ein bisschen gut Stuff oder? Jo Okay Gib mir den Stoff Äh warte vielleicht habe ich irgendwas für dich Ja ich habe Komm 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 Ich kann dir Heile-Postions geben Ich habe richtig viele Wow Ach du Scheiße sind hier hinten viele Zombies Siehst du den Spieler da? Ja was war das? Ey kann man hier spectaten oder was macht der da? Ich habe keine Ahnung Ja okay ich gebe dir auf jeden Fall Zeug Hier das hier kriegst du Das hier kriegst du Das hier kriegst du Das hier kriegst du Ja Okay Achtung da sind richtig viele Zombies Ich kann sie weglocken Ich glaube einer beobacht Nee 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 sie sind zu weit weg Ist einfach hier vorbei Sneaken ganz leise Psst Komm her Jan das Haus Komm rein Ich denke hat an die Situation Wo uns bei einem mit dem Schneeball abgeworfen hat Und wir dachten Was bringt das Auf einmal kommen so 50 Zombies So Hier Komm Ich guck kurz Ist Luft rein? Ja sieht so aus Aber sneak Sneak weiter Hier ist einer Hier sind welche Ganz vorsichtig So Lass Lass in den Turm reingehen Genau Du könnt in den Turm Sondern Militär wie Chest Da hab ich vorhin Lederaufbesserung gefunden Nice So Kurz guck mich jetzt Gau ich auch die Luft rein Ich hab meine Chestplate Mit Kakaobraun gefirbt Ja ich hab drei Ich hab vier Kakaobeens gehabt Komm Okay sorry Ich glaub ab jetzt können wir wieder Bisschen lauter sein Ja vorsichtig Das steht dann beim Eingang Ich bin schon fast oben Okay Ich lauf jetzt auch normal Okay ich bin Jetzt gleich oben und Hab Lederbootaufbesserung Okay gut Hast du noch einen Weizen? Ja haha du bist gestorben stimmt's Warte mal Habe ich Minecraft Sound? Ja hab ich Die sind nur grad so übelst leise Ah Mal kurz Sind jetzt bei 3600 Genau Scoiden So Ist der Turm Ich geh mal kurz Oh 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 Zombie Ich geh mal kurz in die Kirche rein Okay Okay Ich hol mal Bisschen Tränke noch Pass auf mich Ich bräuchte mal Bandagierzeug Also ne Schere Okay ich bin gleich Ich bin gleich in der Kirche Wo ist die Kirche? Äh ich glaub du bist Beim falschen Ausgang rein Zombie 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 Weg 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 Egal was du machst Ich sprinten Bei den Golden Locks sind so viele einfach zu dir Ich sprint nicht Okay okay In der Kirche sind Kisten zwei Stück Ist doch ein Spieler Ne ich glaub Ich glaub ich hab mir das eingebildet Hey So okay gut So Also ihr seht jetzt auch schon Mein Set ist jetzt nicht einfach nur so Durchlaufen und Metzl Metzl Sondern es ist eher auch Taktik gefragt Und die besitzen wir natürlich wie so ein echter Pro Schon Ich lauf einfach immer von außen aus Und hoff das mir keiner folgt Apfel und Melone Okay geil Wir brauchen echt dringend essen Aber richtig dringend Boi der Der Zombie glaub ich der bewacht sein Oh ne Ihr müsst wissen wir sind jetzt Wow 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 Doch Der bewacht einfach sein eigenes Haus Das wär so sein Haus Vielleicht hat der früher da mal gewohnt oder so Ich weiss das nicht Ihr kommt mir jetzt weg Vielleicht Kommt der irgendwas Hey Gibt's bei dem Schnitzel oder so Er hat uns gesehen Er hat uns gesehen Oh Oh Alter Oh Junge Junge Weg Weg mit dir Weg 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 mit dir Weg mit dir Weg mit dir Brauchst du Bandage? Nee, hab voll life. Brauchst du? Ja, bandagier mich mal bitte. So, wie ging das? Noch eben einmal mit der Bandage und einmal mit der Schere schlagen, oder? Genau. Dankeschön. So, hier. Jetzt hab ich wieder gereckt, dass wir die zwei jetzt wieder herstellen. Ich muss mal kurz was trinken und beim Brunnen wieder auffüllen. Oh, oh, da ist ein Zombie. Aber man kann nur alle drei Minuten bandagieren. convince ich? nicht Ich hab noch ne Milone gefunden. Oh, noch hab es schon total AX,asha, Chaik, 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 Chaik. Das ist dieünfzige Zerzige geformt. Herr P Er hat ein paar Wasselos patronischen. Spruch, das ist nicht removed. Und Information von Corona kommen, Schal risonisch vorne became attraktivans đacco. particle Stoff hier, bitte. Oh, danke. So. Hier, jetzt regt sich mein Leben und eigentlich würden zwei Herzen regnen, aber mich hat so einen besonderen roten Farbstoff genommen. Jetzt regnen drei Herzen, glaube ich. Also seht schon, durch dieses Teamwork gehen einfach die ganzen Ressourcen, also wie das Healing-Ownament oder die Bandage einfach nicht weg, deswegen ist Teamwork halt hier richtig wichtig. Und hätte Fluidze halt nicht gehabt, müsste er Tränke trinken. Das wäre eine richtige Verschwendung, weil Tränke braucht wir, glaube ich, später noch genügend. Ja, für nur andere Filme, ich habe ein Weizen und eine Melone gefunden. Ein Weizen? Ja. Gib dir, gib dir, ich kann mal Cookies machen. Hier kannst du auch Kakaobohnen haben, halt dich auch noch zwei. Hab ich, hab ich, hab ich. Das ist Cookies, also, das ist Cookies, das ist das Beste, weil die Kameraden sind. Ich habe Antibiotika, ich habe Antibiotika. Okay, geil. Das ist also, das heißt, das ist jetzt das Heilen, also das, was gleich, gleich was Milch bringt. Nur halt, also Heilung. Wenn die Zombies uns verseuchen. Ich schaue noch mal kurz in die Kirche rein. Ich suche gerade eine Crafting-Telefon statt. Ich finde einfach keine. Gibt es hier überhaupt eine? Ich weiß gar nicht. Ja, hier gibt es eine. Eine Kiste in der Kirche. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich schon mal eine gesehen habe. Es befindet sich, glaube ich, aber nur eine hier. Ne, zwei sind sogar da. Ich habe eine gesehen. Ein Instant-Health, zwei Potion, ein Normal- und ein Splash-Potion auf eins. Und zweimal ein einfacher Potion. Okay, gut. So. So Potions haben wir jetzt schon sehr gut ausgerüstet. So, okay. Ich habe die Cookies, also. Nahrung haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was. Oh ja, acht Stück, das ist sehr nice. So. So. Wo bist du? Äh, ich bin gerade in so einem Haus. Ich habe nochmal zwei Weizen gefunden. Richtig geil. Hast du noch Kakaobohnen? Ja, ja. Okay. Also, ohne Witz, wir wären jetzt wieder so Cookie-Reich. Wir wären jetzt so drei Stacks Cookies machen. Ja, aber Cookies kann man zum Beispiel wieder nur bis acht stacken. Also, nur. Ich glaube, das ist das höchste. Das ist das höchste. Oh, das war jetzt richtig Glück, dass wir da Weizen gefunden haben, ey. Und. Also, ein Tipp für euch. Solltet ihr auch mal am Mainzer spielen. Also, wolltet ihr jetzt vielleicht. Ah, da bist du. Wolltet ihr jetzt vielleicht. Äh. Was gibt's? Ich habe was für dich. Wie viele Potions hast du denn? Eins, zwei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf und einen goldenen Apfel. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Stück, okay, dann hast du ja noch genügend. Tschüss, schien, neun. Dankeschön. Übrigens, ein Tipp für euch. Solltet ihr mal jetzt auch Lust auf Mainzer haben. Das macht nicht Ultra-Mega-Box, sage ich euch. Ähm, geht am Anfang nicht in bekannte Städte. Also, das ist kank. Romero würde ich nicht empfehlen. Romero ist eine Stadt, der wird es nur von Primo-Spielern, die hier von Anfang an bessere Ausrüstung haben und Banditen wimmeln. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich glaube, es macht auch nicht so Spaß jetzt. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn, oder wenn jetzt manche sagen, ja, cool, dann hole ich mir auch Primo-Spieler und laufe in die Stadt. Erzähl alle ab. Hatte ich ein Zombie gesehen? Ja, ich bin aus Versehen gesprintet, aber richtig aus Versehen, ey. Schaffst du den nicht? Komm, ich komm. Ich schlag ihn mal mit der Schere kaputt. Weil ich glaube, das macht doch auch nicht so Spaß, wenn man jetzt immer drei Stück killt und dann wieder stirbt oder so, weil, dann könnt ihr auch SG spielen oder so. Ja, genau. Weil ich finde, den Reiz macht ja aus dieses Überleben und nicht nur dieses wahllose Töten. Genau. Geht's jetzt nach, das wird's richtig gut sehen. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, hat ihr ja auch jetzt gemerkt, wir haben den jetzt mit der Hand gebietet, weil, wenn wir jetzt gleich unsere Schwerter schon verschwenden, dann gehen wir in Ordnung und haben gar keinen Schwerter. Und manchmal hat es sowieso schon zuhälfte beschädigt. Ich bin jetzt, ich muss mal kurz was gucken. Ich, ich, meine Minecraft-Zone sind doch richtig leise, ey. Ja, meine Minecraft-Zone sind richtig leise. Also, sorry dafür, die waren richtig fleißig gestellt. Jetzt sind sie wieder normal, laut, also. Nein! Alter! Wo? Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Ist das der Turm? Ich glaube... Alter, scheiße, scheiße, Turm, ich zerfisset mich. Wo? Hab ihn. Hat mir aber Hälfte Leben ordentlich gezogen, ey. Ich kann dich bandagieren, wenn du willst. Ich bin im Turm drin. Ich geb dir mal Schere und Healing. Land euch hier bitte, Alter. Dankeschön. Warte mal. Zack, zack. Regnet, es regnet. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch. Warte, ich sehe das gerade nicht wie in dem Chat, ey. Ja, ein Herz fliegt mir noch. Okay, das passt. Mir fehlen ein Halbherzen. Kurz hier hochgegangen. Mein Trailer ist echt schon im roten Bereich. Das ist echt kritisch. Ich darf echt nicht mehr damit schlagen. Jetzt am Anfang wird es noch nicht. Also es ist schon ein bisschen spannender, aber... ...noch nicht so actionreich, weil jetzt einfach nochmal so richtig ausrüsten ist. Kannst du haben die Aufbesserung, wenn du sie brauchst? Ja, brauche ich eigentlich nicht. Also meine sind voll, also... Achso, meine sind drei Viertel dann. Danke. Ich schmeiße eben mal so ein bisschen Zeug hier weg, okay, was ich nicht brauche, wie Pilze. Ich warte mir mal kurz ein bisschen Ei auf Ende. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, wir können Slashlockout machen. Das Ende-Ei wäre jetzt eigentlich so zum Ausloggen da, beziehungsweise zum Funken für Teams, die kein Skype haben. Oder sowas. Aber das haben wir ja, deswegen brauchen wir so etwas nicht. Also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es ist am Anfang nicht so spannend, aber... So weit sind wir dann... So weit sind wir gehen, ist es zu spannender, ist es zu stärker, die Zombies werden, desto schwerer, wenn wir uns auch tun. Aber dafür sind wir nur noch nicht so viele Spieler, das heißt... Ja, aber wenn du Spieler triffst, dann... Alter, ne, es sind alle Banditen, aber wirklich jeder. Weil jeder dann die geilen Sachen will, die man eigentlich hat, aber... Wir sind eigentlich eher friedlich, weil... Ich habe in der Kirche... In der Kirche sind wir wieder Kirche. Oh, ein... Ein Weed. Geil. Zwei Äpfel und eine Melone. In der Kirche sind wir wieder... Ähm... Äh... Hier. Tränke. Richtig nice gerade, hey. Okay, das wäre auf jeden Fall richtig... Richtig geilen Start. So. Oh. Ich schmeiß gerade mal einen ganz flotten Flash für die Tränke weg. Dann haben wir auf jeden Fall richtig genug Tränke. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann haben wir sowas von... Nochmal Leder-Schule-Aufbesserung. Hebe ich mir mal ein bisschen auf. Hm. Hast du noch Platz? Ja, ich habe jetzt nochmal zwei Äpfel und einen Rotten Flash gefunden. Ja, ich habe auch richtig viel Platz. Ja, okay, dann komm mal in die Kirche. Da ist noch ein Potion, den kannst du mitnehmen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem im Einsatz. Und zwar muss man immer entscheiden, was nimmt man mit, was nimmt man nicht mit. Weil man hat echt wirklich nur ein Inventar. Und das ist echt richtig wenig. Ich seht ja... Wir haben jetzt Glück, wir haben eigentlich erst so gesehen, doppelt das Inventar schon fast. Ja, genau. Dafür müssen halt auch so, dass ich schere und so was mittragen. Ja. Seitdem auch als Einzelspieler müsstest du es zum Beispiel nicht. Oh, da erscheint mich doch nicht so. Okay, in der Kirche ist eine... Da ist eine Kiste, da ist ein Potion für dich drin. Hast du noch was? Nee, brauche ich nix. So, ich gebe dir mal zurück, okay. Wie viel Platz hast du noch? Ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Plätze frei. Ja, dann gebe ich dir jetzt mal ordentlich Tränke. Danke, ich kann dir ja früher oder später wieder zurückgeben. Ja, ich bin jetzt mal so Tränke, man. Ich behalte mal die meisten Tränke, okay? Ja. Die meisten? Ich habe noch eins, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn und einen goldenen Apfel. Ich habe 16 Tränke. Ja, aber hast du auch einen goldenen Apfel? Nee. Okay, dann wäre sowieso recht. Hast du ein Splash Potion? Jo. Scheiße. Treff zwei. Beibach. Egal, wir haben jetzt aber mal echt gute Ausrüstung, also... Ich glaube, die werden wir aber auch früher oder später brauchen. sie waren die Splash-Cotions die sind richtig wichtig für Zombie-Mengen sind die richtig geil weil die Zombie-Schaden machen oder auch wenn man mal am fliehen ist oder auch wenn es zum Beispiel der eine Zombie-Bettelt und dann kann der Partner einen reinwerfen weil der gleichzeitig ja die Zombies-Kill-Darm und einen selber heilt genau das hat mir zum Beispiel schon mal Steam gerettet weil ein gewisser Herr wie er es ist und ist die Vorjahr unbedingt mit Granaten umspielen wollte ja es gibt auch Granaten das ist dann witzig und Granaten die macht zwar ziemlich viel Damage aber locken Zombies an von weit entfernen also man sollte immer überlegen ob man ich kann noch mal bist du... Alter jetzt bist du Gott sei Dank ich kann noch mal Blut backen wo ist hier der Dings Crouching-Table ok komm mit ich zeig das dir und dann will ich dann mit dem Boot backen beenden wir die Feuer jo ok komm mit alles frei da hinten in dem Haus aber eigentlich richtig geiler Anfang richtig viele Tränke und eigentlich gutes Essen und jetzt nicht sagen wir könnten jetzt eigentlich dann so am Anfang der Folge nochmal ganz durchschauen also in der nächsten Folge und dann können wir eigentlich schon ein bisschen in Ordnung reingehen ja dann beginnt schon langsam hier ein bisschen also dann werden wir erstmal... wir kommen ja auch bessere Ausrüstung genau also jetzt nicht die Barba-Ausrüstung sofort aber auf jeden Fall bessere ihr werdet schon sehen wo wir hingehen das verraten wir am besten in der nächsten Folge deswegen würde ich sagen schaut ihr auf jeden Fall wenn es euch gefallen hat lasst doch ein Like da und schaut auf jeden Fall mal wenn ihr bei mir zuschaut bei dem AssassinPlaceTV vorbei und natürlich auch andersrum als wenn ihr bei mir zuschaut bei dem Q-PlotTV denn es kann also wenn euch jetzt mal langweilig ist ist gut könnt ihr auch mal vorbeischauen also falls ihr jetzt nur bei mir schaut schaut auch mal beim Flo vorbei weil ähm ja er spielt ja mit Shader und dadurch hat das ganze nochmal ein bisschen eine andere Wirkung auf jeden Fall jo aber irgendwie ist das manchmal also irgendwie ich weiß nicht normalerweise packt man ein bisschen Shader locker aber irgendwie hat er ja manchmal so ein paar Hänger drin also jetzt nicht irgendwie so gravierende Hänger aber ja er könnte am Server liegen weil er so voll ist also ist ein echt großer Server ja so dass er halt mal also ist dann ist er mal halt für zwei, drei Sekunden auf 28, 29 FPS ich meine das macht ja nichts außer aber ja ja okay ich würd sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder jo hoffe ich jo und ähm dann haben also nach jetzt haben wir dann bloß noch drei Folgen sicher heiß und dann ja dann ist es kittisch ich auch und dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge tschau Leute tschau